so herzlich willkommen zu einer neuen folge rennch sim und ja willkommen auf der neuen ponderosa so kicken wir mal wir hatten zuletzt hier unser holz aufgestapelt ja die hier wenn wir noch mal reinklicken kurz wir nehmen einen sack mit hier müssen ein paar stück dein mal Scheiß Ferkel abgehauen. Das wird ja nur was. Jetzt rennen die alle dahin. Hau ab hier! Oh, ist das zum Heulen. Bisschen Wasser haben sie noch. Ich muss das Mist wieder rinkriegen. Und Wasser muss ich noch holen. Ey, das ist alles nicht so... Da hab ich ja noch was, aber... Ne, glaub ich nicht. Ist das ein Mist, ist das aber auch wirklich. Hier ja... Da hab ich ja noch was. Da hab ich ja noch was. Ach komm, ist egal. Ja, die haben auch nichts mehr zu saugen. Da hab ich ja noch was. 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 Okay, da hab ich ja noch was. Trotzdem müssen wir noch mal. So, wo ist denn der andere? Wir müssten... Warte mal, Eier haben wir. Wie viele haben wir jetzt drin? 19. Das ist leer. Hier im letzte Mal. Ja, wir müssen eigentlich jetzt hier... Boah, ich bin ja kalt. Ja, ich bin ja kalt. Also hier, glaub, wächst nix mehr dran. Aber jetzt machen wir erst mal... Dann machen wir erst mal das Holz weg, ja. Scheißegal. Um. Vielen Dank. Ja, wenn wir dann geschlafen haben, dann werden wir... ...und da Vehikel nehmen und dann werden wir mal da Fremdarbeiten machen, da Sklavenarbeit. Und ein bisschen Geld drin kommt. Wir haben hier nur noch so einen Bonat. Wir kommen. Mhm. Okay. 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 das ist schlachsieber wie komme ich jetzt am schnellsten an Geld an? ich bin nicht entwürstet ich meine, bei der Sklavenarbeit kommt ja auch nicht viel rum ich kann ihn nach die Olle reinfahren nach die Ränzerin oder wie die schwimmt mal so eine Quest machen, ne? ... 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 Ich werde jetzt bei euch nämlich hier... Eigentlich hätte ich etwas anderes machen müssen. Den ersten Schweinestall bauen müssen wir. Ich hätte erst einen Schweinestall bauen müssen. Ich hätte erst einen Schweinestall bauen müssen. Ich kann nicht aufheben. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ich muss das wegmachen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Das kann ich ja jetzt hier wegnehmen. Oder? Okay, ich nehme mich an den Hutschlafen mitnehmen, bitte. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. So, wie weit sind wir denn jetzt hier? Drei Planken. Vielen Dank. Vielen Dank. Ja, da kam Preis in. Das kam in place. Bleib hier. Ah, nee. Ja, da kam. Ja, da kam. Ja, da kam. Ach so. Ach so, das geht ja gar nicht. Wie haben wir hier jetzt noch? Ja, da haben wir noch ein Brett. Ja, hier haben wir noch ein Brett. Ja, da kam. Ja, da kam. Ja, da kam es weg, ne? Das ist natürlich Mist. Mal gucken. Ja, da kam. Ja, da kam. Ich habe hier. Ja, da kam. Ja, da kam. Ich habe hier. Ich habe hier. Ich habe hier. Ich habe hier zwei Kühlboxen. Ja, da kam. 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 Und ... Kann man die vergrauben wieder? Ja, da ist Scheiße hier. Ich renne die weg. Junge, 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 das auch noch. So ein Mist. Ich habe es genau verkehrt gemacht. So, ey, ey, nee, wa? So, ey, nee, da. So, ey, ja, ja, ja. So, ey, ja. So ein Mist aber. Genau verkehrt gemacht. So sollte das nicht sein. Oh, man, 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 man. Vielen Dank. Hey, wie kann man hier reinnehmen? Ah, der Doppelte kann man hier reinnehmen. 24 Stücke. Äh, hä? 1, 2, 3, 4, 5. Dann nehmen wir... Aufheben, nehmen. Also jetzt haben wir die Sechse. Und das ist dann da. Die Eier. Verkehrt. Die Eier. Das ist dann für... Eier ist zu verkaufen. Wir müssen unbedingt... Wir müssen Wasser haben. Wir müssen Wasser haben. Oh Mann, 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 Mann. Oh Mann, 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 Mann. Okay. Haben wir hier irgendwo den Bestbürger? Wo war denn der? Der Baumarkt. Ein bisschen näher. Ich weiß nicht, wo der ist jetzt. Also. Hauen wir mal da hin. Vielleicht kriegen wir das. So. Wir wollen ja nur den einen da verkaufen. Das andere brauchen wir. Ach ne. Das andere brauchen wir nämlich noch. Für. Die Tante. So. Benzin müssen wir holen. Wir müssen. Jetzt Baumarkt. Ach so. Oh. 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 Vielen Dank. Die Luftmatratze brauchen wir unbedingt und wir brauchen hier nochmal einen Wassertank. Kriegen wir alle rein? Kriegen wir zwei rein? Weiß ich nicht. Die Zungen kriegen wir hier nicht. Nein. 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 Okay. Naja, wir hätten noch einen drauf gekriegt. Gut, holen wir noch einen. Ist ja nicht so teuer. Okay. Gut. Jetzt werden wir mal zur Tankstelle fahren. Ich weiß nicht, wie es ist. Ich weiß nicht. Okay. Genau. Okay. Ja. Vielen Dank. Vielen Dank. Herr Junge, ich bin ein bisschen gerade beschäftigt. So, wo muss ich denn jetzt hin eigentlich? Karte, Tankstelle, Baumarkt, Baumarkt, Laden. Ich glaube hier hinten muss ich hin. Gott, oh Gott. Er war wieder da, wieder zurückfahren. Oh Gott, nee, da war ein Wolf gewesen. Ich weiß nicht, ob ich auf dem richtigen Weg bin. Mal gucken. Ich bin hier. Da geht auch ein Weg rein. So merkwürdiger. Ich weiß nicht, wo wir da lang kommen. Ich weiß nicht, wo wir da lang kommen. Hier ist keiner. So, und dann beenden wir auch die Folge hier. Und dann geht es von hier aus wieder weiter. Mal sehen, wo wir hier sind. Mal sehen, wo wir hier sind. Abbriss. Abbriss. Anhängerliebungen. Schätzte Seitenzeiten. Auf Wiedersehen. Abbriss. Äh. Abbriss. Die alte Scheune hinter mir muss abgerissen werden. Ja. Annehmen. Okay. Gut. Gut. Das machen wir dann nachher. Nächstes Mal. Jetzt ist erstmal... Da drüben haben wir den Campingplatz. Das haben sie nicht verändert. So. Jetzt sag ich mal, Tschüssi Kowski. Bis zum nächsten Mal. Euer Hans Trump hier. Von der Panorosa. Winky Winky. Bye. Mach's gut, Nachbarn.